Gespräch über die Erörterung aktueller Neuigkeiten aus Ihrer Branche. Hallo Lukas, hast du die neuesten Nachrichten aus unserer Branche gesehen? Ja, ich habe gelesen, dass sich in der Technologiebranche viel verändert. Besonders die neuen Entwicklungen in der künstlichen Intelligenz sind spannend. Ja, genau, viele Unternehmen investieren jetzt stark in KE und es scheint, dass das in den nächsten Jahren einen großen Einfluss haben wird. Absolut. Es könnte viele Arbeitsabläufe automatisieren und sogar neue Arbeitsplätze schaffen. Hast du gehört, dass einige unserer Konkurrenten bereits KI-Lösungen in ihren Produkten einsetzen? Ja, das habe ich mitbekommen, es wird interessant zu sehen, wie das unsere Arbeit beeinflussen wird. Denkst du, wir sollten uns auch stärker auf KI fokussieren? Ich denke schon. Wir sollten sicherstellen, dass unser Team die richtigen Fähigkeiten entwickelt, um mit den Veränderungen Schritt zu halten. Ich stimme zu, vielleicht sollten wir uns auch überlegen, wie wir KI in unseren Projekten nutzen können, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Ja, das wäre ein guter Schritt. Es sieht so aus, als ob KI die Zukunft unserer Branche bestimmen wird. Okay, bis später. Ihr�b. Danke. Alles klar. Dank. Geist.